so willkommen zurück in alter frosche da machen wir hier mal ganz gemütlich weiter guck mal die ist wieder offen geil aber guck an siehst du die räume ändern sich permanent das ist voll geil gemacht wie hat das rattenbild noch mal so ein rattenbild und easy stand da ok hier ist alle zu was zeigt er mir da an und was wegwischen dann machen wir halt mal auf geht's ne da hat er nicht weggewischt dass wir auch noch schlimmer hören und die zieht aus wie zwei so ne tiere sehen aus wie so ne flamingos ach guck mal da ist jetzt irgendwas auch gegangen aber wir gucken erst mal hier shuffle streams und was mit träumen und haben wir da eine tür wo wir lang könnten und dann hat sich hier und was getan guck mal da steht genau der gleiche spruch den wir eben hatten mit laser und laser ok das ist auch zu ok dann müssen wir wahrscheinlich hier lang haben wir haben ja keine andere wahl mal langsam aufmachen hier was ist denn das ey das ist wie ein fahrstuhl was ist ein fahrstuhl da müssen wir ja drücken aber gar keine andere wahl ja aber wohin hat immer ja gute frage ich nur in die richtung ok dann machen wir mal na jetzt bin ich immer gespannt wo uns der hinführt oh mann wieder so ein endloser fahrstuhl in die uhr fährt zu fahren hier na 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 dann sind wir erst mal angekommen boah ich denke mir das wird noch richtig krass hier ey weil das so ruhig hier und so ruhig ist so scheiße oh jetzt haben wir hier drei türen die ist schon mal zu die ist auch schon mal zu Dann bleibt ja nur noch eh ne Tür. Zu. Hä? Ist auch zu? Auch zu? Äh. Hier ist ne Tür, der kann ich gar nicht sehen. Raum mit nem Stuhl. Mh. So, da haben wir nen Schlüssel. Und nen Schupfer. Mal gucken, was drin ist. Ja, nicht. Witzig. Dann können wir ja wieder raus. Äh. Boah, ich werd bekloppt. Er hat sich das geändert wieder. Oh, Hardcore hier. Das ist ja krass, ey. Hier ändert sich alles permanent. Nicht nur noch mal. So, Hammer. Hier ist auch wieder zu. Boah, ist ja krass, ey. Wie sich das hier ändert. Puh. Geil dunkler geworden. Geil, gefällt mir. Kann ja nicht dunkel hier noch sein. Das ist ja verdammte verfluchte Spiele. Oh, und die Uhr tickt, ey. Schön. Ha. Oh, das Einzige hat getickt, ey. Hat sich das Bild wieder geändert. Naja, gibt's ja nur. Ist ich ja nur da lang. Ey, was ist hier los, ey. Nen Hund? Verkehrte Welt hier. Ist ja bombastisch, Alter, hier. Meine Meinung, Alter. Boah, krass, ey. Das ist grad die Scheiße. Das Scheiße ruhig schon wieder, ey. Boah, ist ja Hammer, ey. Ist dir weggeprügelt, Alter. Oh, Sau. Hammer. Äh, mein Handy ist das nicht. Wie wird das hier aufgebaut? Das ist so krass, ey. Du, schnell wurde ich aber nicht um... Oh, Alter. Was ist hier los, ey? Puh. Oh. Krass, scheiß Telefon. Das ist ja kein Telefon, das ist ja nur ein Hörer. Äh, äh. Hallo? Ja, spreche. Was? Was? Was Feuer? Oh, Gott. Ist sie... Sie... Welches Hospital? Ich bin auf meinem Weg. Feuer? Krankenhaus? Ist das ein Spiegel? Ne, kann doch gar kein Spiel mehr sein, ey. Sieht so aus wie ein Spiel, ist aber keiner. Warum muss ich gar hier durch, war? Ne, komme ich gar nicht, ey. Ha, 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 ha. Äh. Ist ja krass, ey. Ey, die Räume ändern sich bis zum Abwinken. Ähm, Rattenhörig, geil. Da kommen wir nicht durch, okay. Langsam umdrehen. Hier muss ich dich ganz langsam umdrehen. Es regnet noch. Warte mal hier. Achso, wieder so ein... Ich dachte, das wäre wieder schon so ein Scheiß-Tier. Warte mal. Äh. Bevor ich da lang renne, was war denn das hier? Ach, das ist gar... Ah, ich dachte, das wäre auch so ein... Scheiß-Raum. Äh. Äh. Normaler ist das hier nicht mehr, oder? Na, die Scheiß-Tür wieder zu, ey. Na, wieder mal ohne Lichtschalter, hier. Das Game fesselt, ey. 100%. Das man hier die Flash aufmachen muss. Und da ist ja meistens niemand drin, na, komisch. Hm. Boah, ey. Ganz cool bei mir. Damit rächtet man nicht, ey. Das ist krass, ey. Boah, hier sind so viele Räume. Das passiert in so einer Bruchsekunde, da zuckst du einfach. Könnt ihr nicht glauben? Glaubt mir nicht. Ihr müsst es mal selber spielen, Alter. Das ist krass. Hm. Hier, wo jetzt noch vorhin noch Blut lag, Alter, ist hier kein's mehr, ey. Hm. Hier ist doch ne Spruchbare drinnen, ey. Nicht. Außer ab und zu mal so ne kleinen Texte hier. Oh, was war denn das, ey? Das passiert so schnell. Ist ja gar nicht, kommt nicht klar. So schnell kannst du nicht gucken. In der Bruchsekunde passiert hier so viel. Manchmal. Äh, wo kommt denn das her? Boah, ich war schocken, ey. Oh, das wird immer schlimmer hier. Der Tiefpunkt. Erreicht mich. Boah, das passiert so schnell hier. Irgendwelche Dinge, ey. Das reflektiert man gar nicht, ey. Nee, kann ja sein. Äh, jetzt geht zu. Ach, nee, er sieht jetzt nicht aus. Er sollte den Kerzenschein anmachen. Na, mach den halt. Oh. Freut mich, ey. Geh erst die Scheiße noch anmachen hier, ey, da. Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel. Hey, hallo, was ist hier noch los? Von Love to Madness. Kidnapping. Tochter. Kidnapping. Tochter. Will ich ja rinnen, oder was? Das kloppt ja. Kommst du nicht rinnen? Oh, ich kann auch nichts machen. Jetzt muss ich schon wieder die Kerzen anmachen, ey. Krass, ey. Huhu. Komm, ich geh wieder mal raus. Boah, warte, Danny. Was ist denn hier passiert? Boah, ey, komm mir nicht mehr klar. Huch. Krass, ey. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs, with that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom, once we move in. Oh, man. Ja, würde ich sagen, ähm. Machen wir hier erstmal wieder Schluss und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Justine.